Hallo! Oh scheiße! Oh! Babalalalalalalala! Oh Gott, ich bin so im Arsch. Ich muss wohin? Ich muss jetzt nach... Rechts hier zu jemandem. Mach doch die Tür auf. Mach der natürlich nicht. Okay. Verdammt, ich müsste da zum... Samuels kann da aber nicht durch. Äh, nicht zu Samuels, zu... Äh, wie heißt er nochmal? Lorenz? Äh. Schließen sie alle flüchten Fluchtwege auf dem Weg zu das Serverfarm, ehe sie die Kreatur dort einschließen. Aktivieren sie Ricardos Umgehungsbefehle. Und wie? Äh. Na, das sieht echt im Moment sehr übel aus. Ich wage es jetzt einfach mal. Ist mir noch nicht aufgefallen, dass es verschlossen ist. Nee, okay. Ah, wo ist der denn jetzt? Ich muss es, äh, äh, versuchen. Äh. Ja, 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 ja. Ich will aber wie denn? Ach da. Wo war das jetzt? Ja, das will ich auch leise. Wo ist die Serverfarm? Ach, verdammt. Ach, hier. Nein, ich wollte nur eben kurz hier durch. Oh, der ist auch nicht vielleicht so ganz lebendig. Oh Mann, das sieht echt nicht gut aus. Oh, na na. So, ich bin jetzt hier und muss einfach nur hier links und dann rechts raus und dann immer weiter durch. Oh Mann, das gibt ein... Ah, Start Neuverkabelung. Mal gucken, ob ich das machen muss. Sieht so aus. Komme ich hier wohl schneller durch? Hier brauche ich gar nicht erst versuchen, glaube ich. Muss aber. Ja, ich muss hier durch. Okay. Lösen wir die Strebe mal. Äh, da sind wir eigentlich da, wo wir vorhin schon hin, äh, waren und, äh... Hier kommen wir aber nicht durch. Doch, hier. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabregelung eingerechnet. Sie müssen sie überhaupt ausladen und dann raus da. Ich werde ihren Ausgaben halten, bis sie durch sind und dann die Falle schließen. Speichern, 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 schnell, 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 schnell. Ach, was ein Glück. Mal, das war jetzt aber richtig Glück, du. Ich hätte sonst alles neu machen müssen. So, eben ganz kurz gucken, was ich hier noch bauen kann. Geräusch machen. Das wäre wahrscheinlich vorteilhaft. Guck mal, den kann man leider nicht bauen. Ja, zu schön. Ich habe euch noch einen direkt. Puh, äh, das wollte ich jetzt wieder nicht. Äh, sehr schön. Das habe ich... Geräusch machen Version 2. Na toll. Äh, Geräuschmacher. Natürlich habe ich jetzt kein, äh, Dingens hier. Das ist wohl schon die Version 2. Oder sehe ich da noch irgendwas? Habe ich irgendwas zu besehen? Nö, ne? Version 2 habe ich jetzt nicht, aber... Schon mal gut. Was? Was denn? Ist das eine Spinne oder was? Hä? Habe ich jetzt ein Bug gefunden? Oh, was ruckert das denn auf einmal? Das ist irgendein Bug, wahrscheinlich. Na gut, gehe ich einfach mal. Muss hier ja durch. Rechts rum, links komme ich nicht rum. Also muss ich hier langlaufen. Nehme ich mal mit. Oh, den... Unidentifizierte Spezich. Das ist natürlich sehr toll. Aber ich habe gespeichert. Was sind sie? Ja, nee, ist klar, ne? Also Server-Farm haben wir hier. Und ich muss auch hier hin. Ganz durch. Und dann... Und dann... Und dann... Oh. Und dann... Und dann... Also... Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Ich habe irgendeinen Fortschritt gemacht. Jetzt habe ich das natürlich übersehen. Äh, ja. Vielleicht. Ein andermal. Oh oh. Hä, was sind sie? Als ob der antworten würde. Versucht ihn nochmal anzugreifen. Hm? Wie oft er den Bericht dahin senden will. Aber ich gehe jetzt raus hier. Okay. Was hat's nicht schön da sind? Was hat's? Was hat's nicht lige? jokes. Ich gehe jetzt zum Besuch. Ich gehe jetzt zum Besuch. Ich gehe jetzt zum Besuch. Oops goes da. Janos von... Was hat's für mich? Mal gucken. Naja. Ich fasse zwar anders, wenn der hier wäre. Aber ich hoffe es mal nicht, ne? Äh. Ah, scheiße! Verdammt! Hab ich mich wieder erschrocken! Wie hat er mich denn sehen können? Mann, Mann, Mann. Herzinfarkt Nummer 397,5. Boah, dann geht's jetzt wieder schnell... Ah, nee, warte mal. Ich hatte ja... Hab ich die... Die hab ich nämlich noch nicht gemacht. Sehr gut. Es geht weiter. Alles mal mitnehmen. Hm. Ja, da haben wir mal kurz gekitzelt, ne? Ah, mein Gott. Jetzt wird er mich aber nicht finden, denke ich, hoffe ich doch mal. Ah, mein Gott. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ruhig bin, aber ich, äh, ich hab Schuss, dass er mich schon wieder erwischt. Na, geh schon? Oh, wo muss ich denn hin? Ah, nein, ich muss auch noch da in die Mitte. Oh, wieso bin ich da gerade eben nicht lang gegangen? Ganz durch muss ich. Oh, oh, ich kommt glaube ich auf ein Tier lang. Ne. Oh, okay. Ich muss mich beeilen. Sorry Leute, wenn ich zu ruhig bin, aber... Ich hab Angst. Uah, Mist! Scheiß! Steht ja genau vor mir, die... Ratte! Ach, Mann! Ich hab natürlich den falschen Weg genommen. Liegt hier was drauf? Nein. Also... Ich muss jetzt hier raus und dann rechts und dann nochmal rechts. Oh nein! Wer sind sie? Äh, ich bin der Bäcker und bringe ihnen die Brötchen! Oh nein, komm nicht hin! Oh-oh! Oh-oh! Der kommt hier hin! Oho! Noah! erein Demosisverstoß verzeichnet senden Bericht an Akkohol! Identifizierte Spezies! Oh nein, nicht wieder! Ganz ruhig! Schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh nein, noch noch das. Wie geht denn das? Oh. Oh, mach schon. Jetzt komm ich hier... Naja, natürlich komm ich hier nicht rein. Ja, ja, ich weiß. Ich geh mal eben kurz hier drunter. Oh, Leute, Leute, Leute. Was machen wir hier nur? Nein, deswegen hab ich den Flammenwerfer, aber den hab ich auch nicht mehr lange, weil es ist... Ich bin bald... Bald ist das Ende mit Flammen. Ah... Oh, ich bin hier schon mal richtig. Okay. Dann... Dann gehen wir mal wieder den Zugangscode holen. Oh, Flammenwerferöl. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt ja wie gerufen. Oh, nein. Äh... Ne, das ist das ja. Genau, und dann... Das hier. Fertig. Aktualisiert. Administratorrechte. Das war's. Geschafft. Ist der Ausgang offen, Ricardo? Ein Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu! Bewegt sich kein Stück! Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung. Oh, Gott. Es tut mir leid, Ripply. Ich arbeite dran. Äh, arbeite schneller. Nein, der ist grad aufgetaucht. Ich glaub, bestimmt kann ich hier rum. Oh, nein, 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 nein. Komm ich hier unten raus, da? Riccardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit! Ja, super. Ich habe nicht mehr Zeit! Okay, Leute. Was dann weiter passiert, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wubra. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute.